Hallo meine Freunde, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Satisfactory. Ich bin der Cooper und ich habe leider den Anfang von Anfang verpasst, also ich habe es einfach verkackt und habe die auch noch ein bisschen verkackt. Deswegen sind wir schon ein bisschen weiter. Ich wollte eigentlich Kundschaften gehen und das sind wir auch immer noch. Wir sind immer noch unterwegs. Wir sind ein Stückchen von zu Hause weg. Also wirklich nur ein Stückchen. Unser Zuhause ist vielleicht zwei Minuten in die Richtung. Da sehen wir ja noch den Punkt. Ja und ich habe auch noch nichts wirklich cooles gefunden. Deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass die ersten fünf Minuten von meiner Aufnahme einfach kacke geworden sind. Ich mache sie einfach von vorne und wir sehen uns das hat erst hier. So, jetzt kämpfen wir mal wieder durch. Für uns hier und so. 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 Wo ist diese fliegende Ameise? Das fliegende Glühwürmchen. So. Das ist weg. Das ist tot. Zweite Glühwürmchen. Da hinten ist nämlich eine Höhle. Wir werden mal gucken, was in dieser Höhle ist. Gottseidank habe ich hier vor der Höhle nochmal meine Aufnahmen gecheckt und habe gesehen, dass das nicht passt. Wir kämpfen uns jetzt hier durch. Wenn da jetzt nicht mindestens eine gelbe Schnecke drin ist, bin ich traurig. Da bin ich traurig. Nein. Ach ne, es lebt, um es zu streichen. Wo sind wir hier? Eine Höhle. Oh je, das sieht ja fantastisch aus hier. Oh je, das tut mir jetzt leid, dass das mitten in der Folge ist, aber das ist es. Das wird es sein. Sieht einfach fantastisch aus. Jetzt wisst ihr auch, wie ich meine Fundmates übrigens mache. Ich nehme wirklich Aufnahmen aus dem Spiel. Ich suche mir nichts bei Google raus. Ich gucke mir, was mir gefällt, was die Folge ausmacht. Und davon mache ich dann immer ein Screenshot. Und so entstehen meine Fundmates. Warum lag das denn jetzt so weit? Verstehe ich es nicht. Krass, wir haben es überlebt. So, dann müssen wir die auch erst mal weggehauen. So. Ein, so. eine gelbe und eine grüne krass ja dort geht es weiter gehen wir weiter ich würde ja gerne interessieren wie ich die ausgelöst habe ach da unten sind die so Komm, Glühwürmchen. So. Wie so eine Zunge. Jetzt bin ich im Terressant. Ich sehe gerade nichts. Gut, da geht es raus. Wir sind ja vorbereitet. Ich wusste, dass sowas passieren könnte und deswegen bin ich vorbereitet und habe... Das ist... Das ist... Oh, die drei Oje, oje Das war's für heute. Komm, komm her, komm, trau dich, in dein Gesicht. Eine Gelbe. Gelbe sind, glaube ich, zwei, Grüne war eine. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gelbe. Und eine Grüne. So, wir gehen jetzt, wir hätten auch den einfachen Weg haben können, die ich gerade. Wir gehen jetzt Richtung Zuhause, weil jetzt müsste auch der Zeitpunkt sein, dass das greift gerade alles super ineinander. Wo wir genug Ressourcen haben, um den nächsten Meilenstein freizuschalten. Also, fünf und sechs müsste das ja sein. Und wir haben das jetzt durch das Spazierengehen, und ich habe das nochmal ein bisschen laufen lassen nebenher. Haben wir genug Ressourcen gefarmt, um da eigentlich hochzugehen. Da würde ich jetzt gerne hochgehen. Wir sollten da vielleicht noch kurz hochgehen. Ich habe da was gesehen. Das könnte sehr cool sein. Kommt man von hier vielleicht irgendwie da hoch? Und hier an der Seite hoch? Oh, das könnte sogar gehen. Wir probieren das kurz. Das probieren wir noch aus. Und wenn das nicht funktionieren sollte, werden wir direkt zurückgehen und den nächsten Meilenstein freischalten. Falls das aber nicht der Fall sein sollte, werden wir nach Hause gehen. Aber... Ich Idiot. Das ist ja da hoch. hier waren wir schon mal in einer der ersten folgen aber wie dahinten das sieht irgendwie so interessant aus ich würde das gerne sehen was das ist scheiße das bezahlen wir mit unserem leben doch nicht jetzt packt mich der jetzt müssen wir dadurch genau so hier so so perfekt probieren wir es nochmal wenn wir durchkommen so 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 augen zu durch ist ja nicht so dass es hier noch gift ist nein das ist auch noch eine sackkasse das sah nur so aus gemein ist das denn zurück scheiße jetzt sind wir gestorben und alles für nichts weil da oben war nichts aber eine kiste liegt am boden so wir holen die kiste zurück und nein wir machen es anders doch wir holen die kiste zurück und denn schau ich will mir das kurz noch mal angucken ich würde da gerne recht hoch vielleicht sollte man einfach einen weg da hoch bauen ich glaube da oben wartet einfach echt gute sachen auf uns viele spaßige momente vielleicht sogar hm ich weiß ich weiß ich frage mich gerade nur wie ich darauf kam dass man von da nach da rüber kommt ich frage mich gerade nur wie ich darauf kam dass man von da nach da rüber kommt ich finde das so interessant ich würde das gerne sehen vielleicht von da hin mich lässt das einfach nicht in ruhe das ist hier jetzt wo du t w w w w w w w w w die brücke darüber ich ich möchte das einfach wissen jetzt sogar noch eins so und drauf. Bei meinem Glück ist hier auch Ende. Ja komm, wir wollen da jetzt hoch. Also ich will da jetzt hoch. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben es gleich, wir haben es gleich Wir sind oben Krass Ja und jetzt geht es eigentlich gleich weiter Wir wissen was das ist Stimmt das ist jetzt nur ein seltsam aussehender Stein oder so Nein da ist was drin Da ist was drin, jetzt wird das auch interessant Schaffen wir es dann bis zur drüben Bisschen schaffen wir es Ja ich weiß das sieht kacke aus Aber wir brauchen jetzt Beton, wir haben fast kein mehr So das sollte hoffentlich reichen So Wir müssen jetzt kämpfen. Also, wir können nur nix. Ist er eine tot? Ja, Katze. So, beide tot. Ein Kerkstein bringt mir nichts. Ich muss irgendwie hoch. So, ich muss irgendwie hoch. So, das machen wir aber glaube ich nicht mehr in die Folge. Wir werden jetzt hier noch unser Hub upgraden. Ich habe darauf gewartet, das zu tun und ich möchte das jetzt auch gerne noch machen. Bevor diese Folge hier endet und dann in der nächsten Folge werden wir uns da oben um das kümmern. Und ich finde es sau interessant, was das sein wird. Bestimmt ist es wieder eng ein Schrott, den keiner braucht, aber ich will wissen was für Schrott es ist. So, ich hoffe wir haben genug. Davon hängt natürlich auch alles ab, ob wir jetzt genug haben. Aber das sieht schon cool aus, was wir hier gebaut haben. Ich sollte hier vielleicht auch nochmal so ein Durchgang machen. Platztechnisch müssen wir vielleicht zweimal laufen, aber das ist jetzt immer dahingestellt. So, 501 zu einem Teil, 24, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 5, 6, 8, 5, 5, 6, 8, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15. Okay, machen dich mal auf Pause. Genauso wie dich. Bisschen Ressourcen sparen. Wir haben noch ein bisschen was da. Können wir es ja wieder anmachen. Und senden. Schnell ein Stück zurücklaufen. Boom. Jetzt haben wir sie nach oben geschickt. Das ist schon cool gemacht. So, sehen wir jetzt schon. Tausend Computer, tausend davon. Okay, die können wir gleich weiterlaufen lassen. Boah. Wisst ihr, was uns das kostet? Tausend Stück davon. Und Computer auch. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt freigeschalten haben. Da bin ich ja echt gespannt. Oh. Durch den Nebel bin ich jetzt komplett falsch gelaufen. So. Stufe 3, was haben wir hier? Oh, das könnten wir eigentlich direkt. Komm, haben wir, haben wir zufächter Draht da? Ja, haben wir. Gut, perfekt. Das machen wir direkt weg, weil das auch nicht ganz so schlecht ist. Dann können wir nämlich Medizin herstellen. Das und das. ein LKW. Fabrikata baut drei oder vier Teile zu einem neuen Teil zusammen. Okay. Das ist auch cool. Intelligenter Spezial. Okay, damit kannst du sozusagen sortieren. Okay, KI, okay. Super Computer. High Speed Anschluss. Okay, was haben wir bei 1? Ölpumpe, okay. Ölraffinerie, Kunststoff, Brennstoff, Gummi, Plastik, Platine, okay. Scan Upgrade, Rohöl. Ach du meine, das könnten wir übrigens auch gleich forschen. So, wir gucken, ob wir jetzt noch bei 6 rein. Brennstoff, genau, da verbrennt Treibstoff. Oh nein, jetzt für deine Strom zu erzeugen verfügt über einen Eingang und automatisieren. Oh. Förderbänder Mark 4. Transportiert 480. Oh, 480, krass. Jetpack. Das würde ich gerne jetzt erstmal. Aber ist jetzt nicht so richtig. Okay, was haben wir hier? Moderale Technologie, okay. Bahnhofstation. Der Zug. Wie geil ist das denn? Der Zug ist hier schon drin. Okay, was haben wir? Gasmaske, auch sehr geil. Filter. Geil, okay. Hiermit fangen wir an, würde ich sagen. Was ist denn das sinnvollste? Was haben wir hier noch? Okay, krass. Öl. Da bin ich ja schon wieder richtig. Da freue ich mich ja richtig drauf weiterzubauen jetzt. Aber was ich gleich machen werde ist, wir gehen jetzt hier hoch. Wieder an. Bauen lassen, ja. Okay, jetzt kann bauen. Ähm, ist an. Und wieder an. So, dann lassen wir das jetzt einfach mal bauen. So, dann sägaû. So. so den kupfer 3000 draht ok und die metall ich würde das gerne noch kurz machen und wenn wir mal schauen wie weit denn die nächste ölquelle weg ist oder ob das vielleicht sogar vom wasser wäre so eine ölbohrung sozusagen so unter wasser wäre ja auch irgendwie cool und das hier sollten wir vielleicht doch noch mal umbauen und vielleicht ein bisschen verschönern schauen wie ich das noch wie wir das machen es ist wenn wir in der nächsten folge werden wir hier erstmal nach oben gehen weil ich würde gerne wissen was es ist und dann schauen wir mal wie es halt ist aber ich bin so ein idiot jetzt habe ich ausgerechnet diese komischen teile vergessen 75 hiervon hier stück und das jetzt können wir aber das ist was für die nächste folge ich sage vielen dank fürs zuschauen wäre nett wenn ihr mir einen kommentar feedback da lasst ein abo ich bin über jede reaktion dankbar vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge satisfaktiv tschau